Musik 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 Macht mich sowas unfertig hier! Mann! wie könnte sowas so Ich habe nichts Hier gibt es Nicht schein ich wollte gerade schon sagen hier gibt es nichts interessantes mehr ist zwar alles leer hier sind das jetzt der bestimmt Prozent irgendwo fackeln er hier her dann und seite ging es auch runter okay das trifft sich hier ich sehe das ist ein scheiß gab leben und wie oder wie die dinge heißen alle einen die Arrüstung st das ist nun einer ein healer das ist nicht ein Archer Alter, ich möchte hier raus. Ich möchte hier raus. Geht's da schon wieder nach oben? Weg, 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 weg. Oh Gott. Und schon wieder eine Truhe. Ich kann so langsam echt nichts mehr aufnehmen, das wisst ihr. Das ist der scheiß Schokopädia, Alter. Hier, geh mir weg. So, und so, und so. Oh, ich bricht gerade das nicht. Oh, Mama. Was ist, ist leer? Kann nicht sein. War hier schon jemand? Was ist das? Oh, 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 oh. Oh Gott, oh, 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 oh. Ich verarsche, dass ich da ein Charmin ran machen muss. Oh mein Gott. Was ist das? Ganz viele, ganz viele. Oh Gott. Oh Gott. Mensch jetzt. Oh Gott. Wie gut, wie gut, dass wir Adventure Mips machen. Alter. Alter. Ich wollte doch gerade schon sagen, das ist doch eigentlich nicht möglich. Okay, hier geht es anscheinend nicht. Okay, okay, es geht weiter. Gib mir Zuschauer, es geht weiter. Das ist ein Skelett. Oh ne, nicht schon wieder. Äh, bin ich jetzt wieder am Anfang? Ich bin doch nicht am Anfang, aber warum? Wieso waren die Teile? Oh, ist gefahren. Oh. Spawner. Level 40. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Oh Gott. Das sind die kleinen Viecher. Creeper. Noch ein Creeper. Was ist das? Nichts. Alter, krank mich das an. Weg, 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 weg. Wann? Ja, klar. Okay, gut. Ich gehe wieder rechts runter. Aber entscheide mich dann, glaube ich, doch für die linke Seite. Mama. Mama. Alter, was soll das hier sein? Wie viel... Wie viel Welten gibt es hier eigentlich? Wie viel Räume? Okay. Hä, das soll... Hey, das hört jetzt hier einfach auf, oder? What? Ist hier doch jetzt... Okay, doch. Anja. Okay. Dann würde ich sagen, drehen wir die Heimreise an. Ich hole noch ganz kurz den, äh, Helm hier raus. Und mache erst mal Unbreaking drauf. Es kostet schon mal 18. Respiration. Äh, wisst du was? Ich stelle mal ganz kurz auf Deutsch. Na, auf Deutsch. Weil ich wenigstens, was es heißt. So. So, liebe Freunde. Und damit begrüße ich euch wahrscheinlich zu der letzten Aufnahmesession von Hexit hier, bevor ich die 100 Folgen habe. Äh. So, und... Und alle die, die sich fragen, wieso ich jetzt, äh... Ja, hier oben bin. Weil ich mal, jetzt ist mal hier. Und habe hier was entzahntet. Seitdem ist auch schon wieder eine Ewigkeit vergangen, kann ich euch sagen. Und ich habe da dann zwischenzeitlich, ich glaube, eine halbe Stunde weitergezockt. Habe dann hier auch erweitert. Ich kann jetzt bis auf Level 56 entzahnten. Und dann habe ich hier noch, ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Ich habe hier so eine Dimenz, die Menschentor heißt es ja, glaube. Hier. Da werden wir uns noch irgendwas reinbauen. Ich weiß bloß noch nicht was. Muss ich noch schauen. Auf jeden Fall gehe ich hier wieder zurück. So. Was ich dann noch gemacht habe, äh... Ich habe hier ein bisschen die Rüstungen sortiert. Also ehrlich gesagt, ich habe nur sortiert. Die Monatsche Zeugen und alles Mögliche. Äh, habe ich halt ein wenig... Ja, wie soll ich halt sagen, bis hin durcheinandergebracht. So. So, das ändert Scheinenswort soll ja anscheinend das Beste sein. Das heißt, wir verzaubern das jetzt erst mal auf Schärfe 5. Kostet, äh, 14. Dann mache ich jetzt erst mal noch Haltbarkeit drauf. Kostet 7, 9, 20. Und dann noch, wie viel Kostetverbrennung? Zu viel. Das kostet genau 33. Ja, ich nehme noch Verbrennung dazu. Wunderbar. Kann ich das mal da, da lassen?